ja moin moin liebe leute hier ist Dietmar von tariftapp.de und ich habe zum marktstart von realme das soeben vorgestellte realme 8i für einen test zur verfügung gestellt bekommen und ja ich möchte euch jetzt ganz kurz in diesem video hier nur die video qualitäten vorführen ich habe eingestellt den maximalen video modus full hd und filme mit der hauptkamera im automatik modus dieses smartphone hat einen elektronischen bildstabilisator der ist jetzt auch aktiv und ja in der video beschreibung findet ihr einen link zum kompletten test vom realme 8i wirklich ganz ganz interessantes smartphone zu einem wie ich finde der sensationellen preispunkt ja vielleicht sehen wir uns ja wieder beim kompletten test zum realme 8i wirklich freuen macht's gut bis dann tschüss